Ich glaube, wir haben ganz gut gemacht, dass wir das versucht haben, geordnet rauszuspielen mit unseren Mitteln. Uns liegt zum Beispiel das hohe Spiel nicht so. Wir haben versucht, das sauber rauszuspielen und das ist uns phasenweise auch gut gelungen. Ja, Teutonia hat das auch ganz gut gemacht. Wir sind zu vielen Chancen gekommen, hatten wir hier und da vielleicht ein bisschen Glück. Wir hätten natürlich auch zum Beispiel in der Verlängerung das Ding früher zumachen müssen, hatten viele Chancen. Ja, ich würde sagen, am Ende hat unser Meister verdient gewonnen, weil wir vielleicht den Sieg auch ein bisschen mehr gerollt haben als die. Also erst einmal alles in allem. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Was wir gut gemacht haben, ist, dass wir als Team heute hier aufgetreten sind. So schlecht haben wir eigentlich gar nichts gemacht, muss ich sagen. Es ist einfach bitter gewesen, dass wir in der 92 Minuten das Tor kassiert haben. Es hätte einen anderen Lauf nehmen können, aber so ist Fußball halt, ist passiert und wir müssen halt weitermachen. Priorität war die Meisterschaft und da knüpfen wir an. Ich glaube, dass so ein Sieg, auch so ein knapper Sieg ganz, ganz wichtig für den Kopf ist. Ich meine, wir kommen ja im 90. zum Ausgleich, dann gehen wir sogar in Führung in der Verlängerung und kriegen dann in der 120. durch eine sehr strittige Situation aus meinen Augen das 3-3. Ja und dann gewinnen wir das Ding hier im Alfmeterschießen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch für die kommenden Oberligaspiele. Ja, dass wir als Team weiterhin so auftreten und wenn wir weiterhin so auftreten, dann wird das in der Liga auch seinen Verlauf weiterhin nehmen, so wie wir in den letzten Wochen gespielt haben. Ja.